ach ja und sonst so alles fit bei dir was hast du gesehen dass ich da einfach durchgekommen bin alter eben noch mal teil 6 geguckt von so farce curious das war der mit der landebahn die 800 kilometer lang ist ich habe ich habe die jahre nicht gesehen ich habe glaube ich nur die ersten drei gesehen und dann halt mit den landebahn da denkst du ja das ist es oh man ich hasse das mit dem essen aber der brunnen kommt echt geil hier ne war da nicht mal auch geil das kann ich nicht das habe ich nie gesehen ach was ach was ach was ach was mag ich sehr ich gucke gerade was verdammt auch mega auch mega man muss man alles so machen kann das ist echt krass mann wir werden noch viel äh kraften was du bist mir da was möchtest du da echt kraften du bist ja nicht mal in der nähe von etwas wo man kraften kann ich guck grad hier zäh ja da ist doch gar nicht so viel naja das sind sechs sachen älter campfire inventors table blablabla siehst du mehr sachen wie ich glaube ja was siehst du alles da viel ich muss hier richtig runter scrollen äh verraschst du dich hörst du was ja ach geil es funktioniert kann man warte mal nee du drückst noch c nee nee ich hab nicht c gedrückt ach du meinst Musik du assi oder ja ich hab mir gerade äh noch äh ein bisschen Musik runtergeladen ernsthaft ach das ist von Chihiro's Reise ins Zauberland nee warte quatsch mein Nachbar Totoro verdammt oah ok bisschen hoh das ist aber voll geil das hört sich auch echt gut an aber ich muss zugeben diesen diesen Film habe ich sehr so lange nicht mehr gesehen dass ich ich hätte das nicht einfach äh ähm erkennt er erkannt boah das ist aber laut habe ich auch nicht erkannt er kennt er kennt aber nicht aber jetzt kein Panzer auch nicht mehr nein Elfenlied. Warte mal, Lilium. Oh, Lilium. Ah, das hört sich mit dem in somit, glaube ich, nicht so gut an. Ne, das hört sich mit dem in somit nicht so gut an. So, ich habe einen Garten gemacht, hier Wintergarten. Was ist das denn? Lass uns erst mal das Haus bauen. Ja, Alter, wir sind doch gerade dabei, das Haus zu bauen. Ja, aber das können wir doch am Ende machen. Also ganz so habe ich mir das... Wie hast du mir das vorgestellt? Ja, kann ich mich ja nachher drum kümmern. Da ist doch ein Loch, Alter. Ja, siehst du, sie sind hier aber nicht bei mir. Wir sind hier, nur du kümmerst dich um dich. Das habe ich doch nicht gesagt. Es sind halt zwei Räume, die ich machen würde. Hä? Also hier Wintergarten und die Farm. Verdammt. Da gucke ich gleich mal was. Boah, das muss es geben. Bitte. E.F. Schade, es gibt nichts von Fairytale. Oh. E.F.? Also, Fairytale. Also, ich war gerade bei E. Was? Ach so, E.F. Ja, ja, ich war gerade bei E und, äh, ne? Ich muss immer so, ähm, das ABC immer so, äh, äh, sagen, damit ich das anhalte. Lecker Monster, also doch. Ich habe leider kein Monster. Hätte ich mir holen können, habe ich mal zu faul. War nur einfach kurz bei der Bank und bin wieder nach Hause gelaufen. Ja, was weiß ich, wo wollen wir gleich die Küche machen? Ich würde ja sagen, hier. Ja, genau. Da hatte ich auch, äh, gedacht gehabt. Das würde dann halt eine schöne Küche machen. Hier an der Seite, ähm, Fenster hin. Also, äh, hier an der Wand. Warte mal, habe ich schon gesagt? Ne, ich habe keine Fenster hin. Sicher, aber willst du eine normale oder mit Holz? Kommt raus oder mit Holz. Also hier so. Yeah. Geil. Ich kann rausgucken, ich sehe eine Brücke. Was? Dann gucke ich mal, einfach mal, damit ich beschäftigt bin. So, was für Möbel wir haben. Weißt du, was ich meine? Ne, weg. Haha. Es, es... Ich kann dir die ganze... Also, ich... Ich kenne den Anime, aber... Ich habe den zu selten gesehen. Und du bestimmt auch. Ja. Death Note. Death Note? Ach, was läuft. Alter, die schreien da richtig rum mit dem Anfang wieder. Und das wird sehr schrecklicher. Kann ich die Musik irgendwie ausstellen? Nur heute. Oh? Und was ist schon? Nein. 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 Oh, das kenne ich. Äh. Das... Das ist doch mit, das ist kacke. Oh. Hallo. Hi. Hä? Hallo. Hi. Ach, der Ohren. Oh, okay. Schatz. Oh, Gott, eine Violine. Ach, du Scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Oh, eine Kappemaschine. Definitiv. mit zu den Eidmodischen Neumodischen Prozent Steltenstand Alkohol ich weiß nicht ich nehme beide mal mit und gucken wie es aussieht genau Jaaa! Whaaat? Jaaa! Eww! Ich bin halt mal konzentriert, weil ich muss hier echt jede Kiste einzeln durchgucken. Ja, das ist anstrengend, wenn man so viele Kisten hat vor allem. Jaaa! 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 Jetzt habe ich noch ein kleines Pupsi hier gemacht. Habe ich eigentlich auch Filmmusik hier? Games? Kann das eigentlich jetzt irgendwie sein, dass du die ganze Zeit jetzt guckst, was für Geschäfte du hast, oder? Jaaa! Ja, lass mich doch! Ne, jetzt nicht die ganze Zeit! Alter, das ist der Last of Us! Geiles Let's Play! Jaaa! Was denn? Auf und zu kann man das ja mal! Jaaa! Ich glaube... Ich bin so einstellend! Trident, Prinzessor! Alter! Filme! Alter, Pulp Fiction! Pacific Rim, Mulan, Kung Fu Panda, Indiana Jones. Oh, a swing. Yes. Yes. So, ich baue mal weiter. Damit ihr, das lässt euch auch mal ein bisschen weitergehen. So, dann wollen wir mal hier weitermachen. Eigentlich ist es ja nur für mich. Das ist ja... Äh, das, äh, ich sag mal Gewächshaus. Wieso? Naja, weil du ja nichts essen kannst. Also, kann schon, aber... Ja, bei Anbauern tun wir ja trotzdem was. Ja, aber das bringt ja nur für mich was. Deswegen brauchen wir das ja gar nicht so groß machen. Ich reiß mal eine Etage ab. Trotzdem mache ich noch eine Erdetage. Und noch eine. Ja! Entschuldigung. Was ist nur los? Was dann? Auf einmal hat sich hier alles komplett verändert. Also hier die, äh, die Geräuschkulisse verändert. Cool. Mal ein bisschen wieder die Musik anmachen. So. 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 Okay. 1, 2, 1, nee, warte, hä? Mann, was mache ich hier? Wir können völlig durcheinander. Nein! Völlig durcheinander. Achso, da, stimmt. Vor allem, es ist ja dunkel. Warum muss es jetzt ausgerechnet nach werden? Oh. Oh, scheiße. Und, findest du was? Ja, ja, ja. Aber alles ist natürlich andersfarbig, ne? Also, verschiedenfarbig. Ja, das kann man halt nicht... Ja, geht nicht. Zumindest am Anfang nicht. Warum ein riesen... Riesenregal, Alter, scheiße. Ich dachte, das wäre ein kleines Regal, Alter. Aber das ist ein riesen-matherfucker-Regal. Oh, ich hatte was auf dem Kicker. Ich will Musik spielen. Wann los? Warte, ich hab gerade das Gefühl, wir wollen nur kurz... Wie, warte? Gut, ich kann beide warten. Geil. Zwei, vier, sechs. Sieben. So hoch, okay. Dann kommt hier... ...der Boden hin. Bis so. Boden gesetzt. Oh. Ey, geh weg. Ich fühl mich so allein hier. Ich hoffe, dass... Das kann ruhig so allein bleiben. Ach ja, stimmt. Ich... Das kann ja eigentlich weg. Hallo. Äh, wo bist du? Äh? Ach so, bist du auf dem Planeten? Äh, ja. Ach so. Ich dachte, du wärst hier noch am Suchen. Nee, nee. Ja. Wo haben wir denn die Seeds? Äh, da haben wir das. Potatoes. Und Bananen hätte ich gerne. Und Karotten. Ja. 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 Und jetzt zieht ihr mal dieses Riesenregal rein. Boah, wa? Alter. Oh Gott. Was willst du denn da aufstellen? Irgendwie, äh, 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 hier eine ganze Küche oder was? Nee, ich hab gedacht, dass er kleiner ist. Ich bin nackig. Boah, das ist ja toll. Passend, äh, äh, äh. Warte mal, ich mach mir mal kurz was zu essen. Oh, verdammt, kann ich nicht. Nein! Hast du was zu essen für mich? Ja, warte, ich hab Zeug. Ich hab, ich brauch Zeug. Oh, das war's, äh. Oh, das war's, äh. Oh, das war's, äh. Oh, ich mach's schon in Ordnung. Nein, Popcorn, äh. Popcorn, äh, Mikrowelle. Weiß, mehr kann ich nicht in der Mikrowelle machen? Man kann's, du kannst nur Popcorn in der Mikrowelle machen. Hm. Ja, äh, hier, ähm, das andere Zeug, äh, geht wohl nicht. Hä, wieso? Ach so, so. Ah, am Ofen, wach doch am Ofen. Äh, am Herd. Ach hier, wir haben hier, wir haben hier Herd. Ach so, hier, hier. Ja, was kann's hin? Ja, ja, ähm, äh, äh, ich hab nix im Inventar, was, äh, noch sonst, sonst noch kochen kann. Hau dir Popcorn rein. Ich geh mal kurz nach oben und guck mal, was wir noch haben. Ich geh mal kurz nach oben und so. Ich hol der Frau mal ein Steak. Oh, hier ist noch ein Mühchen. Ich, 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 hier schon. Ich hab reichlich jetzt. Alter, Papa hat ein Mühchen gefunden, Alter. Äh, ich hab auch zwei, gerade zwei gesnackt. Ich hab sogar noch eins im Inventar. Das packe ich mal in, alter Kühlschrank. Oh, Kühlschrank. Ach, die. Die, die sind egal. Die sind Notreserve. War das rein? Ich brate mir jetzt in der neuen Küche erstmal ein Hühnchelle. Wo können wir denn... Ah, hier oben packe ich mal Kakao und sowas rein. Kakaopot. Kaffeebohnen. Das ist schon geil. Das ist mega cool. Oh, warte, warte, warte. Ach ja, da haben wir Popcorn. Warte, da packe ich mal in den Kühlschrank. Flup, 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 flup. Ich seh, warte, ob das andere ist. Ach. Mal sehen, ob du's erkennst. Ach, der Anfang. Alter, der Anfang ist echt übel. Ist das eben in der Pokémon-Höhne oder so? Nee. Yeah. Keine Ahnung. Was? Hast du's? Alter, das ist mega. Alter, das ist anstrengend. Boah, das ist anstrengend laut. Boah. Ich glaube, die krassen Instrumente lasse ich lieber aus. Das Regal packe ich groß. Wo sind unsere Schlafzimmer? Wo sind unsere Schlafzimmer? Ups. Hier vielleicht? Und wer kriegt das aus? Also da, wo du jetzt bist. Wieso? Wir machen einfach zwei Wecken hier rein und... Ach so, wir wollen zusammen rumgehen. Ah, ich bin Weibchen und du Männchen. Komm her. Was ist das? Das macht mich zum Bärchen. Dann wir schon mal hier sind. Ah, 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 give me a break. In die Fresse. Verdammt, du bist geschützt. Nein, das ist aber länger als du. Ich komm da nicht ran bei dir. Echt nicht? Machst du, äh, wirklich komplett gerade... Ja. Das ist krass. Alter, aber auch nicht länger. Hm. Da, dass man sich keinen Kaffee machen kann oder so. Pfff, wie das aussieht. Ach, da oben hast du ja Kakao-Pot. Was ist Pot? Das ist doch Blatt, oder? Äh, nee, Pot, das ist eine Kapselrolle oder so. Ah, warte mal kurz. Damit kriegt man Schokolade, Alter, davon habe ich zehn Stück. Man muss das also malen. Ach, ja, man kann jetzt... Oh, Kaffee kann man ja nicht stacken, ey. Oh, ey. Ja, das... Hä, was? Aber Kaffeebohnen kann man... Ach, nee. Nö. Kaffee-Saat kann man... Wie heißt das hier? Stacken. Hä? Was ist... Warum hast du da heute ein Blut reingemacht? Nur so. Wo hast du Kakao-Saat reingetan? Ey, du sagtest doch irgendwo, dass du Kakao-Saat reingetan hast. Äh, nee, habe ich nicht. So. Ich habe nur keine Kakao-Samen, also diese, äh, ja, Kakao-Samen hier. Dann mache ich die Kaffee-Saat, Kaffee und Kakao-Samen mal daneben in den Doppeldingen sozusagen. Eigentlich müssen wir das andersrum machen. Ah, was? Alter. Zusammen kann man stacken. Alter. Hör auf! Alter, was ist das denn schreckliches? Ach, sta... Ah! Okay. Das ist, äh, leider nicht. Ich dachte, das wäre... Alter, ich habe Reis. Haben wir hier eben nur ein Reiskocher? Oh, guck mal. Oh, ich mache mir jetzt ein Reisgericht, Alter. So. Ein Reisgericht? Ein Reisgericht! Was? Ein Reisgericht. Ach, das ist das Lied. Das kennst du aber, ne? Ja. Kommt euch drauf, woher? Oh, Mann, ich fang... Welches ist das, Alter? Ach, was war's? Ich weiß leider nicht, von welcher Stelle das war, hä? Was für... Wo kam das Lied vor? Welchem Film? Natürlich, aber, ähm... Wo? Ach, ey. Ja, ja. Ja, genau. Denn ich will jetzt gleich König sein. Ja, genau. Ach, ja. Das war ja ganz am Anfang, ne? Na, ja. Ja, so relativ am Anfang. Das kam ja nach... Nach diesem... Na, Tepenja! Ja, ist gut. Hallo? Achso. Ah. Anstrengend. So, weiter bauen. Die Küche sieht auf jeden Fall cool aus. Aha. Scheiße, dass man die Kaffeemaschine nicht benutzen kann. Das wäre noch echt cool. Du sollst nicht kotzen. Du sollst spielen. Nicht kotzen, spielen. Auch nicht husten. Alter, was war das denn? Was hast du denn gemacht? Irgendeinen kleinen Fuß, er hat geatmet oder so. Ach, du... Ah, ja, das... Boah, das kenne ich. Das ist fies. Das ist richtig fies. Wenn der dann auch noch so die ganze Zeit im... Im... Im Rachen hängt und... Ah. Boah, Alter, Schwede. Das ist richtig fies. Ich hab Monster eingebaut. Oh. 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 Boah. Hey, warte mal. Hier könnten wir ja den Eingang machen. Den, äh, zur... Zur Unterwelt, oder? Fällt mir so gerade ein. Ich wollte das gerade zu basteln, aber ja. Das ist eigentlich... Können wir das praktisch mit den Nutzen... Nutzen, den Nutzen fällen. Was macht der Huren-Sonder da drin? Den hab ich gerade eingebaut. Mach mal auf. Oh, Müche. Was? Es war eine geklatscht. Das Ding hat aber mal richtig ausgehalten. Ja. Achso, ja. Warte mal, das war doch... Das war jetzt gerade mal ein ganz anderes Lied. Ob das das auch gibt, hier? Oh. Warte. Du machst... Ähm... Na gut. Alter, warum... Was wir gerade brauchen, hat eine Macke? Ja, irgendwie... Das war jetzt echt blöd von mir. Ähm... Ähm... Alter, was mit unnötiger Posse? Nein, der so zu fast. Achso, ich dachte, du willst dann auch was du bauen. Äh, nee. Äh, das reicht ja schon. Äh... 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 End der Gelände. Äh... Ach, verdammt. Ich weiß ja noch nicht, äh, äh, wie weit. Äh, das, äh... Muss. Äh? Wieso hast du hier eigentlich? Das soll einmal nur ein Durchgang sein. Äh, 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 äh. Achso. Äh, 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 äh. Drei Ebenen? Ja gut, kann man ja später noch erweitern. Aber hier kann man ja noch... Oh, Regen. So, ich will jetzt erst mal wissen, wie weit kann ich gehen? Oh, ich hab tatsächlich hier ein Problem gefunden. Es gibt keine natürliche Bewässerung. Ja. So halb doch. Ja, zumindest, äh, 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 oben natürlich, äh. Aber nicht hier unten. Was aber nicht schlimm ist. Ähm, was wollte ich jetzt? Warum ist das hier oben kürzer? Ja, warte. Ja, warte, ähm, ich, ich, ich wollte erst mal gucken, wie weit. Ja, ich mach ja schon. Ja, ich mach ja schon. Alter, Alter. Alter, du, äh, äh, lachst gerade wie so, wie dieser Mexikaner. Ich hab direkt einer mit der Kopf gekleidet. Au! Ey, geh weg da. Äh, äh, elf? Wollen wir die kompletten 30 dann... So, pass auf, ich klatsche den Frosch jetzt rein. Ich, was, Alter? Fick, dich. Du, oh, dicke Scheiße. Mein Haus, Alter. Oh, ach so, ah, okay, mit der, mit, mit der, äh, mit der, ähm, mit der Ho, kann man das auch wieder wegmachen, äh, das Feld. Okay. So, das reicht dir. Nein! Warte, dein Handy gehört jetzt mir, du, und so, leider. Ding, so, fertig. Wie reagierst du denn? Hä? Klatsch ins Gesicht. Klatsch. Fertig. Hauptlos ab, hauptlos ab, klatsch. Oder noch ein bisschen. Alter, die hat sogar Gift, meine, wie heißt das hier? Das ist aber geil. Oh, je. Wir müssen gleich vielleicht noch mal ein bisschen terraformen. Alter, ein bisschen. Deiner Mama beim Kacken zugeguckt. So, das sind jetzt drei, äh, 30, äh, Pflanzen lang. Genau, so. Hä, was machst du da? Ich mach hier zu. Wieso da zu? Das ist aber ein Zurückgang. Wie fühlst du denn hier terraformen, Alter, dass das natürlich aussieht? Ja, warte, lass mich mal machen. Da müssen wir die ganze Welt, wie heißt das hier, voll terraformen. Ach, quatsch. Oh, coole Brücke. Äh. Okay. Oh. Okay. Okay. Äh. Okay. Oh. Nein. Äh. So. So. Okay. 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 Vielen Dank.